Hallo und herzlich willkommen zur Highlight-Sendung aus dem ClipMyHorseTV WM-Studio, präsentiert von der Stiftung Deutscher Spitzen Pferdesport. Ich bin's, eure Melli, und wir sind noch immer bei den Weltreiterspielen 2018 in Trine. Heute wird es nochmal richtig spannend. Es stehen zwei große Medaillenentscheidungen an, und zwar in den Küren der Paradressur sowie dem Voltigieren. Zusätzlich geht es für unsere Fahrer ins Gelände, der Marathon wartet. In dieser Sendung werdet ihr die Disziplinen Fahren und Paradressur sehen. Wenn ihr die Umläufe unserer Voltigierer sehen wollt, geht dafür ins Voltigiersport Spezial. Aber jetzt geht's hier erstmal weiter, denn wir haben viel vor uns, und deswegen geht es auch sofort zu unseren Fahrern ins Gelände. Viel Spaß!